Haben Sie sich gedacht, Sie tun ein bisschen das Auto putzen heute? Ja, genau. Was ist mein Text? So, hast du das jetzt fotografiert, kann ich die andere Seite freishaufen? Ist ein schönes Auto. Wie lange brauchen Sie da noch? Ich mache das noch. Ich habe noch Zeit bis Mittag. Sie machen das schon gut? Schon, gell.